Hey Leute, heute will ich euch mal eine Freund vorstellen, weil ich zeig sie euch mal Hier ist sie, die Anna Soll ich euch mal was zeigen? Aber zeig das bitte niemandem Ich ramme sie Ja, 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 ja So macht man's richtig So macht man's richtig So macht man's richtig Jetzt hab ich zwei an Jetzt kann's dann das kind doch nicht So macht man's richtig, Leute Das habe ich noch gekippt und jetzt habe ich das nächste Kind durch Okay Pew Heheheh, wtf Heheheheheh, wtf Konsole gefreest. Halb so viel gerannt. Halb so viel Leute.